Wenn ich Jump sage, jumpst du ok? Aber das ist viel zu weit weg. Jump! Das ist viel zu weit weg, ich komme ja nicht mal da dran. Ne, die bleiben nicht dran. Die prallen ab. Da muss ein Stein geben. Aber den kannst du doch nicht mit in die Höhle holen. Das ist ja so ein Quest, da muss man überlegen und denken. Und scheißen. Mach dein Schild, mach dein, nein, mach dein Schild! Oh! Wieso komme ich da nicht hoch? Weil du scheiße bist. Mach mal hier dein Dings, dein Speer. Ne, die gehen gleich weg. Mach nochmal dein Schild. Ich glaube, ich war einfach nur zu dämlich hoch zu springen. Oh! Na, oh, wenn du dich noch so... Ne, da kommen wir nicht hoch. Hör auf zu backen! Das sieht schrecklich aus. Okay, versuch du es mal. Ja, was willst du machen? Zu früh nochmal. Also... Und los! Geht doch auf! Wie es geplatscht hat. Nochmal. Lass mich erst aufwärmen! Okay, los! Ja. Ja, nein. Wieso jetzt eigentlich auf die andere Seite. Du bist selber täblich. Los! Das kann ich von dir nicht. Nein, das habe ich... Ich wollte mit dir doch ausdiskutieren. Sie können eigentlich von dieser Seite das machen. Sie müssen einfach nicht aus Rumlaufen bis daher. Ach, das ist das. Oh, ich bin jetzt Leon, wie mein... Ja, drunter! Ich sage es dir. Ich sage es dir. Geh doch weg 3, 2, 1, go Du stirbst vorher Weil du einfach an den Stacheln seit ich ankommst Mach halt's Maul Nur Ah, ich weiß wie Komm her Du stellst dich drauf Genau, mach dein Schild nach oben Nein, 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 geh erst mal zurück Geh weg Und dann geh mal auf den Schalter Ja, funktioniert Funktioniert auch sehr gut Ja, funktioniert Wenn ich's nicht davor auf dem Schalter war Und das Teil nicht hochfährt Jump Platsch Du Depp Oh, schau mal ein Tor Das hab ich heute noch gar nicht gesehen Ja So erzählt man sich das Wenn du stirbst, der Sound ist so geil Ja Aber so könnte es gehen Warte mal, mach mal ein Seil zu mir Ne, das macht keinen Sinn Das macht keinen Sinn Egal was du machen wirst Das macht keinen Sinn Also nochmal Aufmerksamkeit Also sagt Dry, zwei, eins, weepy Ne, man stirbt, man kommt Man kommt an diese Stacheln seitlich an Da muss doch irgendwas geben, ich glaube wir sind blind Wir ran jetzt hier eine halbe Stunde durch die Warum ist hier eigentlich so ein Ding Und BAM Ja, genau Ja, genau Vielleicht muss man ja einfach seitlich springen Könnte gehen Okay Geh weg Geh auf das Ding Dry, zwei, eins, weepy Ne Platsch Ich bin noch fast hingekommen Was stell du dich auf den Schalter Du bist bester Schalterdrücker Dry, zwei, eins, weepy Platsch Die Physik sieht geil Warte auf, oh man Ich hab keine Nerv mehr dazu Keine Nerven Da unten ließ was Nicht jump und brauche runter Ja, das war toll Leichte MPs Gibt's auch schwere? Äh... Hab ich mir auch grad Uh, ich habe verstanden Und schau mal was es da oben gibt Und du nicht Wie die Seile hängen Wie wirst du da hängen bleiben Guck mal, ich kann den Stein bewegen Haha, wie geil Ich hab dich nicht gebraucht Alter, wie die Pfeile da drin bleiben Wieso bin ich eigentlich stehen geblieben? Mach mal, komm mal her und mach dein Seil rüber Ich will das Munitions-Upgrade Nein, nicht zu mir, Idiot Was los? Du musst da... Ja, gut, okay Ja, mhm Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit Gesundheit Boah, wie's bei mir grad laggt Hör auf an den Eiern zu laggen Nein Kann da jetzt gucken, oder? Ich überrolle dich Jetzt geht's wieder nochmal Null Jetzt Nimm doch die fucking... Da ist Bob Da ist Bob Aua Alter, wie viel der aushält Alter, wie viel der aushält Ich kann nicht sterben Boah, wie viel Viecher kommen da Meine Fresse, meine Fresse Mach den hier, guck Uuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Ich bin tot, scheiße. Ja, dann sammelst du natürlich. Drück lieber die beliebige Taster und halt die Klappe. Beyblade, Punkte. Oh, jetzt ist die dramatische Musik aus, das lange. Oh, schade. Dramatische Musik ist out. Schau mal, wie die Zähne hier weggehen. Hast du das gesehen? Warte mal, wenn ich jetzt Zähne hole... Hast du gesehen? Der... der Zahn geht... Boah. Wir können ja theoretisch eigentlich nur noch bis zu zwei... Flo spielst da, Kraft. Ja, das sehe ich auch. Was? Was ist mit dir los? Du kannst aber schön auf der Stelle laufen. Ich shuffle hier gerade, sieht man das nicht. Everyday am Shuffling. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Ja, aber was kann man, Markus? Wir können hochgehen. So kannst du nicht gehen. Was ist denn das? Wir können ja... Wir müssen ja nicht alle... Du bist tot bei mir. Ich lauf doch hier. Mach mal dein Schild. Nach oben. Ich bin drauf. Wie? Bei dir... Bei dir bin ich tot. Ich seh dich nicht. Warte. Du liegst... Bei mir liegst du da. Geil. Guck. Ich tu doch den Stein bewegen, oder? Jetzt da auf die andere Seite. Hey, der Stein hat sich gerade bewegt von allein. Guck mal. Und hier ist Bombe und... Töte dich mal. Hä? Wie... Was passiert mit den Steinen? Du siehst mich wirklich nicht, oder was? Voll über deinen Kopf. Hä? Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Gut, ich kill mich im Moment. So, jetzt habe ich mich... Ne, noch nicht. Noch einmal. So, jetzt bin ich tot. Hallo. Jetzt bist du wieder da. Du warst gerade bei mir, lag nur die Leiche von dir da. Das war wirklich gruselig. Es haben sich nur noch die Steine bewegt. Du hast eine Bombe gelegt. Bei dir. Aber irgendwie ist sie ganz anders explodiert. Komm, holen wir die anderen beiden Steine. Okay. Äh, warte, das sind ja noch vier. Fuck, die Hälfte. Du willst da hin und her rollen. Wie? Wie schlecht. Ich wollte gerade, ich habe gerade nicht gekligt, damit ich die Klinge von Assassin's Creed kriege. Ja, gut, dass ich mich hier gespawnt habe. Sonst wären wir jetzt Areviderci sagen gegangen. Ne, da sind wir ja lang gegangen. Ups. Upsalat! 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 Gehen sie. Aber ich weiß nicht, wie ich rüberkomm. Achso, mach deine scheiß Schilder. Äh, Schilder. Deine scheiß, äh, ja genau. So schlau. Punkte! Nein, wow! Ach, da gibt's... Schädel. Da gibt's Gegner. Ich komm da nicht mehr hoch. Du musst runterkommen. Ich kann da nicht. Du musst runterkommen, ich kann da nicht. Also, wie die Punkte absahnt der Pisse. Schau mal, dann sogar Leben kriege ich. Komm her. Du bist so backt bei mir grad alles. Du siehst ja total verbackt aus. Sind da noch Gegner bei dir? Ja. Achso, sehe ich sie doch. Du killst sie doch. Du werfst irgendwie keine, äh, Stäbe mehr. Was ist denn mit dir los? Nein, jetzt fall ich nicht runter. Ohhhh. Ich versteh das Spiel grad nicht. Alter, ich glaub es hat sich gegen mich entschieden. Wieso denn? Wieso denn? Was ist denn? Ich hab den Viechern keinen Schaden mehr zugefügt. Ich hab, ich hab nicht gesehen, dass du den Viechern, äh, Dinge zuwirfst. Wie wenig Leben ich hab.